Wie analysiert man Aktien richtig? Wie geht man vor, wenn man neue Unternehmen finden will, in die man investieren will, vom ganzen Prozess der Recherche über die einzelnen Analyseschritte bis schlussendlich zum Kauf, aber dann auch der Überwachung von den bestehenden Investments. Wenn du wissen willst, wie ich hier vorgehe, wie mein Prozess aussieht, dann bleib doch einfach dran. Mein Name ist Matthias Christen und ich helfe Menschen dabei, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren, sei es via Einzelaktien, ETF oder Option. Zunächst einmal, bevor wir in die Prozesse reingehen, will ich nochmal ganz klarstellen, dass es sehr relevant ist und sehr wichtig ist, dass du, bevor du die Prozesse überhaupt anschaust, wie du vorgehen sollst bei der Aktienanalyse, zunächst einmal für dich eine klare Anlagestrategie definieren musst. Denn du kannst jetzt einfach reingehen und irgendwelche Aktien raussuchen, die grundsätzlich mal interessant sind. Wenn die aber nicht zu deiner Strategie passen, dann macht das Ganze relativ wenig Sinn. Deshalb kommt immer zunächst die Zieldefinition und die Strategiedefinition, bevor du überhaupt daran denken solltest, Aktien zu kaufen. Das nur mal vorweg. Jetzt gehen wir aber rein in meinen Prozess. Ich zeige euch, wie ich hier vorgehe bei der Auswahl von Aktien und deren Analyse. In einem ersten Schritt zunächst einmal muss man aus einer schier unendlich grossen Anzahl von Aktien, also es sind etwa 40.000 Aktien, die du theoretisch irgendwo auf der ganzen Welt auf Börsenplätzen kaufen kannst, das Ganze sinnvoll runterbrechen auf eine Handvoll Unternehmen, welche qualitativ hochwertig sind. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist natürlich, wie geht man hier vor? Also man muss ja quasi wie einen Trichter generieren, wo man dann anhand von vordefinierten Kriterien das Ganze auch runterbrechen kann. Du kannst das natürlich manuell machen, indem du einfach Aktien raussuchst, auf Foren gehst, auf Nachrichtenseiten gehst, die Aktien hier raussuchst und danach quasi anhand von ersten Kriterien die rausfilterst. Das benötigt aber sehr, sehr viel Zeit und die gehen sehr spannende Unternehmen eigentlich quasi durch die Latten, weil du die gar nicht auf dem Schirm hast. Und da kommen dann auch Tools zum Spiel zur Anwendung. Also du kannst dann quasi gewisse Aktien-Screener dir zu Hilfe nehmen. Da gibt es sehr viele online, ich gehe jetzt hier gar nicht grossartig auf einzelne ein. Die helfen dir einfach schon mal anhand von vordefinierten Kriterien aus dieser schier unendlichen Anzahl einige wenige schon mal rauszufiltern. Wie gehe ich hier vor? Also für mich sind einfach folgende Kriterien relevant. Ohne diese Kriterien zu erfüllen, kommen die bei mir gar nicht in die engere Auswahl. Also ich will sehen, dass die Verschuldung in einem überschaubaren Rahmen ist, dass die Verschuldung nicht zu hoch ist, eine hohe Tilgungskraft vorhanden ist, dass man theoretisch diese Schulden auch relativ schnell zurückzahlen könnte. Ich will sehen, dass steigende Gewinne, Umsätze, Cashflows vorhanden sind, weil ich ja in Wachstumsunternehmen investieren will, welche mir auch eine attraktive Rendite ermöglichen können. Ich will aber auch sehen, dass die Margen steigen, dass falls der Umsatz zum Beispiel mal stagniert und nicht mehr stark weiter wächst, weil der Markt gesättigt ist, dass man das Ganze auch über Preiserhöhungen durchsetzen kann. Das signalisiert einem einfach auch, dass das Unternehmen sich gegenüber der Konkurrenz durchsetzen kann. Und je nach Strategie kommen dann natürlich auch gewisse Dividendenkriterien in Frage, die einem einfach schon mal hier quasi aufzeigen, wie hoch die Ausschüttungsquote ist, wie hoch die Dividendenrendite sein soll, um hier dann seiner Strategie gerecht werden zu können. Das kommt dann wirklich ganz auf dich darauf an, welche Kriterien für dich relevant sind. Diese oberen Themen, die sind eigentlich für alle Unternehmen relativ relevant, meiner Meinung nach. Bei den Dividendenkriterien ist es dann sehr individuell. Also, weiter geht es dann eigentlich im Prozess, dass man sich dann eine erste Watchlist, also eine Beobachtungsliste zusammenstellt, wo man dann Unternehmen reinpackt, wo hier gemäss seinen vordefinierten Kriterien schon mal passend sind. Und dann möchte ich eigentlich für mich so eine Watchliste haben, die nicht grösser ist als 50 bis Maximum 200 Aktien. Und da hat man schon mal von diesen 40.000 den grössten Teil schon mal rausselektiert. Und wieso möchte ich hier nicht mehr Aktien drin haben? Weil je grösser du diese Watchliste hast, desto mehr Arbeit gibt es dir einfach. Und wenn du sagst, hey, ich habe genügend Zeit, dann kannst du die natürlich etwas grösser machen, kannst deine Kriterien etwas aufmachen. Wenn du aber sagen willst, hey, ich will Maximum 30, 40 Unternehmen hier drin haben, dann gehst du hier einfach von deinen Kriterien, die du definierst, gehst du hier einfach etwas aggressiver ran, um zum Beispiel etwas mehr Gewinnwachstum zu sehen. Und dann geht eigentlich der Trichter gegen den unten, wird dann immer enger und du hast immer weniger Unternehmen. Das ist eine sehr individuelle Vorgehensweise. Der nächste Schritt ist dann eigentlich, dass man sich dann diese Unternehmen einzeln herauspickt, die zu seiner Strategie auch passen, die zu der Diversifizierung auch passen und danach einmal eine Unternehmensanalyse durchführt. Da geht es noch gar nicht mal grossartig um irgendwelche Kennzahlen, sondern es geht einfach mal darum, das Geschäftsmodell zu verstehen. Weil ich möchte eigentlich nur in Unternehmen investieren, wo ich auch genau weiss, um was es da geht, welche Produkte bietet man an, welche Dienstleistungen bietet man an, in welchem Markt ist man tätig. Dass man sich den Markt auch mal anschaut, dass man sich Statistiken dazu anschaut. Da gibt es auch tolle Plattformen, die einem diese Daten ermöglichen, damit man einfach mal sieht, ist das ein Markt, der grundsätzlich noch wächst oder der nach unten geht, weil das natürlich einen riesen Einfluss darauf hat, wie sich das Unternehmen künftig entwickeln könnte. Ich schaue mir dann auch an, wie die Vision des Unternehmens ist, wo man hin will. Gibt es zum Beispiel neue Produkte, die in der Pipeline sind, welche quasi ein neues Geschäftsgebiet eröffnen. Das hat dann natürlich auch grossen Einfluss darauf, wie es weitergehen könnte. Man kann sich dann auch das Management anschauen. Man kann hier herausfinden, gibt es irgendwo einen Führungswechsel, das könnte dann zu einer neuen Strategie führen. Oder wie alteingesessen ist das Management, hat das gute Erfahrungen, sind das gute Leute. Das kann man hier in dieser Unternehmensanalyse sehr gut schon mal herauskristallisieren. Du kannst hier zum Beispiel auch schon mal definieren, ich möchte nicht in Unternehmen investieren, welche Waffen produzieren. Oder wenn du Veganer bist, kannst du theoretisch sagen, ich will hier nicht in Unternehmen investieren, welche Fleischerzeugnisse produzieren etc. Das ist dann jedem selbst überlassen. Es geht hier einfach darum, ein Gespür für das Unternehmen zu bekommen. Ob das grundsätzlich zu dir passt, ob du hinter den Diensten und Produkten stehen kannst. Der nächste Schritt, da wird es dann langsam ein bisschen zahlenlastig, etwas technischer. Da gehe ich dann in die Fundamentalanalyse rein. Das heisst, ich schaue mir wirklich nochmal im Detail die Gewinnentwicklung, die Umsätze an, ob die auch wirklich steigen. Weil zuvor bei dieser Ausfilterung, da haben wir das einfach mal rausgefiltert, aber noch nicht im Detail angeschaut. Hier schaue ich dann wirklich auch drauf, sind die Gewinne relativ stabil, steigen die oder gibt es hier immer wieder Schwankungen im Verlauf, wie zyklisch, antizyklisch ist ein Unternehmen. Ich schaue mir das Ganze auch bei den Umsätzen an. Die Verschuldung, da schaue ich nochmal im Detail drauf, um einfach hier gewisse Punkte zu sehen, ob die Verschuldung tendenziell steigt, ob die sinkt, ob die gleich bleibt, ob wir dann diese Schulden auch wirklich gut zurückzahlen könnten aus den Cashflows. Ich schaue mir dann die Bilanz grundsätzlich an, ob es hier irgendwelche Problematiken gibt. Ich gehe hier nicht wirklich in die Tiefe rein, ich schaue mir keine ganze Bilanz an. Ich nehme mir dann auch hier Dienste und Programme zu Hilfe, welche mir das Ganze schon mal aufarbeiten. Und hier achte ich zum Beispiel auf Punkte wie, gibt es grosse Goodwill-Positionen, wo einfach ein gewisses Abschreibungspotenzial birgen. Wie hoch hat man Cash-Positionen? Einfach so Sicherheitspunkte, die einem einfach weiterhelfen, ob das Unternehmen grundsätzlich irgendwo Probleme bekommen könnte oder nicht. Ich schaue mir auch Prognosen an, wie die nächsten Quartale, wie die Jahre prognostiziert werden, ob es hier weitergeht vom Wachstum. Das soll sich dann natürlich auch ein Stück weit überschneiden mit der Entwicklung des Marktes. Wenn ich natürlich einen Markt habe, der schon wächst, dann habe ich natürlich schon mal die besseren Voraussetzungen, dass ich hier mit meinen Diensten, mit meinen Produkten auch mit partizipieren kann. Okay, als nächster Schritt schaue ich mir dann an, okay, ich habe ein gutes Unternehmen, das wächst weiterhin, das steht stabil da. Jetzt geht es mal darum, um beurteilen zu können, ob denn das tolle Unternehmen auch fair bewertet ist. Weil der Aktienkurs an sich und ein Unternehmen, das ist nicht immer gleich viel wert. Also der Aktienkurs widerspiegelt nicht den inneren Wert eines Unternehmens, sondern ein Stück weit auch die Erwartungen der Marktteilnehmer. Und ein Unternehmen an sich, das hat quasi einen inneren Wert, wo man ganz grob bestimmen kann, wie viel Wert hat das grundsätzlich mal anhand der Finanzwerte, die man hat, anhand von Patenten, anhand von Gewinnen, vom Gewinnwachstum, lässt sich hier grundsätzlich mal festlegen, was denn ein fairer Wert für dieses Unternehmen wäre. Und bei der Fair Value Berechnung vergleicht man dann einfach den Aktienkurs mit diesem fairen Wert, um herauszufinden, befinden wir uns in einem Moment, wo der Aktienkurs einfach total überbewertet ist, also viel zu teuer ist, oder sind wir in einem Bereich, wo das Ganze ungefähr sich in Waage hält, wo man sagen kann, doch, dieser Preis, den man für eine Aktie bezahlt, der ist gerechtfertigt. Vielleicht gibt es sogar Momente, Phasen, wo der Aktienkurs eigentlich tiefer ist als der Wert eines Unternehmens, dann ist es natürlich sowieso auch nochmal interessant. Aber auch hier muss man dann aufpassen, weil in solchen Situationen könnte auch vielfach irgendwo ein Problem vorliegen, das man dann aber eigentlich schon hier bei der Unternehmensanalyse feststellen hätte sollen. Aber da sieht man dann nochmal, wenn man wirklich in einer Unterbewertung drin ist, muss man nochmal etwas genauer hinschauen, ob die Unterbewertung einfach aktuell aufgrund von irgendwelchen Problematiken zustande gekommen ist, oder einfach, weil der Markt einfach vielleicht allgemein stark abverkauft wurde und die Aktie dadurch einfach ungerechtfertigterweise günstiger ist, als eigentlich fairerweise gerechtfertigt wäre. Okay, im nächsten Schritt gehe ich dann auch in die technische Analyse rein, oder auch Chartanalyse genannt. Hier halte ich mich aber an die wichtigsten Themen. Ich gehe hier nicht allzu tief rein, weil für mich hat eigentlich die fundamentalen Analyse den höchsten Stellenwert bei einer Aktienanalyse. Bei der technischen Analyse versuche ich dann einfach noch herauszufinden, ob wir grundsätzlich aktuell in einem Aufwärtstrend sind, also der Aktienkurs am steigen ist oder ob er am fallen ist. Weil wenn der Aktienkurs fällt, über längere Zeit, dann sollte man vielleicht eher tendenziell, jetzt einfach gesprochen, vielleicht abwarten, bis sich wieder eine Kehrtwende eintrifft, bis sich der Aktienkurs wieder stabilisiert. Da kann man dann auch sehr gut solche Unterstützungen und Widerstände im Kursverlauf feststellen, welche einem einfach sehr gute Signale geben können, ob aktuell ein guter Einstiegsmoment ist oder ob man vielleicht noch ein bisschen abwarten soll. Das Ganze ist dann natürlich auch sehr interessant, um dann auch Entscheidungen zu treffen, wann gehe ich dann auch wieder raus, wann verkaufe ich dann die Aktie wieder. Wenn wir sehen, wir sind in einem Bereich, wo die Aktie einfach viel zu teuer ist, anhand des Fair Values und dann auch im Chartverlauf auch sehen, dass wir zum Beispiel in einem Trendkanal drin sind und der Trendkanal, der befindet sich jetzt irgendwo komplett in einem oberen Rand und es läuft Gefahr, heiss zu laufen, dann kann man hier quasi das nutzen, um einfach sich zum Beispiel einen Stop Loss zu setzen, damit die ganzen Gewinne auch nicht wieder dahin schmelzen. Im nächsten Schritt kommt dann der Kaufprozess. Wenn dann quasi bis jetzt alles für mich gestummen hat und ich einen klaren Einstieg hier definiert habe für mich, dann entscheide ich dann, okay, kaufe ich jetzt die Aktie, in welchem Umfang kaufe ich die, in welchen Tragen gehe ich hier quasi mit einem grossen Betrag rein oder stücke ich das Ganze in zwei, drei, vier Tragen. Ich schaue dann nochmal über meine Diversifikation, quasi als letztes Kontrollmechanismus, schaue ich nochmal, wie sieht mein Portfolio aus. Wenn ich jetzt diesen Kauf tätige, gehe ich da nicht irgendwelche Probleme ein, widerspreche ich nicht meiner eigenen Strategie, quasi wie nochmal ein letzter Check, ob das auch wirklich stimmt für mich. Danach kaufe ich die Aktie entsprechend und dann wandert die natürlich in mein Portfolio und danach ist das Ganze aber noch nicht erledigt. Dann kommen wir eigentlich in den ganzen Überwachungsprozess rein. Und der ist dann eigentlich auch individuell, je nach Zeithorizont, den du hast, je nach Zeitmanagement, das du hast, je nach wie viel Zeit, das du überhaupt mal zur Verfügung hast, um das Ganze auch zu überwachen, kann man das natürlich dann anhand von wöchentlichen, monatlichen, Quartalsweisen, halbjährlichen oder sogar jährlichen Rhythmen einfach laufend überprüfen, ob zuvor die ganzen Punkte, die man definiert hat, die man für sich auch als Kriterium festgelegt hat, um zu investieren, ob die noch zutreffend sind oder ob es zu irgendwelchen Problemen kommt, wo man allenfalls halt sich dann auch wieder trennen muss von einem Investment. Das kommt immer mal wieder vor, sollte relativ selten sein, aber es kann immer sein, dass man irgendwo vielleicht auch mal einen Fehler begangen hat, den muss man sich dann fairerweise auch eingestehen und sagen, hey, ich habe das Ganze falsch eingestetzt, aber habe hier während meinem Analyseprozess auch schon ganz klar definiert, wo ich dann rausgehe aus dem Investment, wenn es für mich nicht mehr stimmt, wenn ich irgendwo einen Fehler begangen habe. Und so kann man dann quasi den Prozess bei der Überwachung hier bei der Fundamentalanalyse, über den Fair Value, die technische Analyse, laufend so überwachen und das Ganze so einstellen, dass es für deinen Alltag, für deine Lebenssituation auch passend ist, damit du hier nicht jeden Tag in dein Portfolio schauen musst. Der Vorteil, wenn du einen solchen Prozess etabliert hast, es läuft immer wieder genau gleich ab. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt eine Aktie verkauft, du möchtest einen Ersatz für diese Aktie, dann hast du deine Watchliste parat, wo du wieder ein neues Investment aufgreifen kannst, den ganzen Prozess durchgehst. Und so etabliert sich eigentlich eine Routine in deinem Handel und das hat sich für mich sehr etabliert und ausbezahlt und das gebe ich auch sehr gerne meinen Kursteilnehmern weiter. Und wenn du wissen willst, wie dieser Prozess im Detail ausschaut, dann schau doch mal vorbei auf www.matthiaskristen.com. Da kannst du dich anmelden für ein kostenloses Erstgespräch. Dann können wir hier nochmal vertieft reingehen, was hier alles wirklich für Schritte getätigt werden müssen, wie der Prozess im Detail ausschaut und ob das grundsätzlich mal etwas für dich wäre. Wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir doch ein Like da. Du kannst gerne auch einen Kommentar da lassen, wie du das Ganze findest, wie du vorgehst bei deiner Auswahl von Aktien, von deiner Analyseprozessen her. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Dein Matthias Christen.